Angebote für die Gemeinde und gleichzeitig theologische Ausbildungsstätte, passt das zusammen? Schön, dass ihr bei uns am BSK reinschaut. Wir lieben Gemeinde und haben deshalb ein besonderes Herz für die vielen treuen Mitarbeiter dort. Wir sehen uns als dienende Partner und unterstützen einerseits dort, wo eine Gemeinde externe Referenten sucht, andererseits aber auch dort, wo ihr gezielt externe Expertise sucht, die ihr an der theologischen Ausbildungsstätte seht. Und wie die Zusammenarbeit gestaltet werden kann, kriegt ihr mit, wenn ihr dran bleibt. Albrecht, du bist viel fürs BSK unterwegs. Was sind denn da deine Aufgaben? Ja, ich bin fast jeden Sonntag zu einem Predigdienst in den unterschiedlichen Gemeinden. Gemeinden laden ein zu Vorträgen, zu Seminaren. Manche Gemeinden möchten auch mit mir eine Studienreise, zum Beispiel nach Rom machen. Das sind so meine Tätigkeiten. Bist du der einzige am BSK, der solche Dienste wahrnimmt? Nein, man kann jeden Dozenten entweder persönlich anschreiben, man findet die E-Mail-Adresse in unserem Prospekt oder auf unserer Internetseite oder man schreibt einfach an info-at-bsk-mail.de und dann werden die Dozenten die Termine koordinieren. An welcher Stelle habt ihr gedacht, da könnte das BSK uns dienen? Bei den Predigten, bei Gemeindefreizeiten oder gemeindeintern an Schulungen? Melde doch bei uns. Dann reden wir miteinander, was für euch passt. Übrigens zwei Tipps noch. Einige Gemeinden nutzen unsere kostenlosen Abendvorträge zur Mitarbeiterschulung entweder hier am BSK vor Ort oder über unseren YouTube-Kanal. Andere reden, welche unserer Schulungen gut passen, senden ihre Mitarbeiter und übernehmen für sie die Kosten. Nun bin ich gespannt, wann wir uns begegnen oder miteinander telefonieren. Wir am BSK freuen uns auf euch!